Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine Maskenweltreise für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Da wir aktuell nicht so unbedingt reisen können, habe ich mir gedacht, dass es doch Spaß machen würde, wenn wir die Reise auf unserem Gesicht durchführen. Das habe ich schon mit einer Europa-Reise gemacht, genau, das kann ich dir hier mal verlinken, habe ich letzten Monat gemacht und nun geht es um eine Weltreise. Ja, ich möchte euch zuallererst einfach mal zeigen, wie mein Gesicht so aussieht. Also ich habe ein sehr trockenes Gesicht, ich habe sensible Haut und ja, schaut euch mal an, wie das quasi jetzt aktuell ist. Da aktuell keine Erdbeerwochen-Situation ist, ist alles soweit okay bei mir. Also ich habe hier noch einen Mr. Fred, der irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung was machen möchte. Seine Familie hat er hier auch gegründet, die er aber so langsam verschwinden möchte. Hier habe ich immer so ein paar Unreinheiten, hier hat sich auch so eine kleine Unreinheit gebildet. Ansonsten habe ich eine Haut, die ganz okay ist, würde ich mal einfach so sagen. Ja, ne, es ist einfach eine Haut, weil es will sehr groß zu sagen. Ich habe hier so ein, ich weiß nicht, ein geplatztes Äderchen oder sowas, das habe ich immer. Ich habe so leichte Sommersprossen noch, viele Muttermale, so sieht meine Haut auf jeden Fall aus. Und ja, dann gucken wir mal, wie sie dann im Laufe der Woche aussehen wird. Ich, ja, habe gerade geduscht, wie man offensichtlich sehen kann, habe mein Gesicht gereinigt und habe, nachdem ich ganz normal geduscht habe, nichts weiteres auf mein Gesicht gegeben. Und da ich jetzt eine Maske verwenden werde, die meine Haut klären wird und die eine Crememaske ist, möchte ich mir zuallererst Augenpatches auftragen. Da habe ich hier von Mizon meine, ja, Eyepatches in dem Pöttchen, die verwende ich immer. Aber genau, die gehören jetzt aber im Prinzip gar nicht zur Maskenweltreise. Ich glaube, im Prinzip ist es egal, wie rum man sich die Patches aufgibt, also ob man das Schwänzchen hier hinten hat, also das schmale Ende oder ob man das nach vorne gibt. Für mich ist es irgendwie angenehmer, wenn ich hier an meinen Schwellungen quasi, also da, wo ich sonst auch gerne Morgenschwellungen habe, mir das Patch aufgebe und dann quasi hier bei den Fältchen nur das Schwänzchen da habe. Also für mich ist es angenehmer, ne, aber es kann jeder machen, wie er lustig ist, finde ich. Wir starten unsere Weltreise in Israel und da habe ich etwas von der Marke Ahava Tantoclear Purifying Mud Mask. Das hatte ich, ich glaube, in einer Vegan Beauty Basket oder so mal drin, auf jeden Fall in einer sehr natürlichen Box. Und das soll halt quasi klären und ich habe mir gedacht, für eine Maskenweltreise kann man auf jeden Fall mit einer Klärung der Haut anfangen. Ich habe hier so einen Pinsel, das ist eigentlich so ein Foundation-Pinsel von Barbour und eigentlich ist es viel zu teuer, um ihn als Maskenpinsel zu verwenden, aber ich mache das halt einfach. Und genau, gebe mir dann so ein bisschen was auf und trage mir das auf mein Gesicht. Auf den ersten Swipe erscheint mir die Maske wirklich sehr, sehr trocken. Die muss auch nicht allzu lange drauf bleiben. Die lasse ich gleich tatsächlich nur zwei Minuten drauf und kann die dann schon direkt abwaschen. Jedenfalls steht das auf der Tube so drauf. Jo, dann mache ich das auch so, ne. Fürs Protokoll, es ist der 24. Januar. Ich hatte, glaube ich, noch nie so eine komische Matt-Maske, also so eine komische Schlammmaske, weil diese Maske fühlt sich so an, als würde die in meine Haut einziehen. Das ist sehr, sehr komisch, aber irgendwie auch extrem angenehm. Ich weiß nicht. Die Maske ist jetzt auf meinem Gesicht. Das hat jetzt relativ schnell funktioniert, die einzupinseln. Genau. Und die bleibt jetzt tatsächlich auch nur zwei Minuten drauf. Das heißt, ich kann jetzt schon ins Badezimmer gehen, mich ein bisschen eincremen. Dann kann ich hier schon direkt runterwaschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Hui, da musste man aber schnell sein, weil die Maske wirklich so schnell getrocknet ist, dass es echt schwierig war. Ich habe mir dann die Augenpatches schnell runtergenommen, habe dann mit ein bisschen Klopapier das weggemacht, was ich draufgemacht habe von der Pinselei. Und habe sie jetzt aber wieder draufgemacht, weil die lässt du ja so eine halbe Stunde oder so lange, wie man Lust hat, einfach auf der Haut. Ich habe sie jetzt runtergewaschen und mein Gesicht fühlt sich jetzt sehr, 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 sehr weich an. Ich habe noch überall so ein paar Reste von diesem Matt, also quasi so ein bisschen sandig, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt guckt euch das mal aus der Nähe an. Was die Maske gemacht hat, ist, dass sie mein Gesicht entfettet hat. Sie hat ja wirklich alles Mögliche an Feuchtigkeit rausgesogen. Das war echt krass, wenn ich mir das jetzt auch so angucke. Mein Gesicht schreit jetzt auch gerade nach Feuchtigkeit. Aber es fühlt sich ebenmäßig und sandig an. Was ich jetzt persönlich super gerne machen würde, und das machen wir jetzt auch zusammen, ist, dass wir uns eine weitere Maske auftragen werden. Und zwar eine Feuchtigkeitsmaske. Denn wenn man halt so eine trockene, sensible Haut hat wie ich, dann bietet es sich sehr, 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 sehr an, nach einer Maske, die dem Gesicht halt alles an Rotzepampe entzogen hat, etwas draufzugeben, was quasi feuchtigkeitsspendend ist und die Feuchtigkeit Depots der Haut wieder aufleben lässt. Und das bietet sich einfach gerade richtig gut an. Und weil meine Haut schreit danach, dann werde ich ihr das auch geben. Sie sieht aber gut aus, finde ich. Also wenn ich jetzt auch so drüber fahre, es fühlt sich auch so auf der Haut an, als hätte ich gerade ein ganz, ganz angenehmes Peeling gemacht. Ja, deswegen machen wir jetzt noch eine Tuchmaske drüber. Ich glaube, das macht Sinn. Ich mache aber immer, bevor ich eine Tuchmaske mit mir auflege, also sprich, eine Maske, eine Tuchmaske oder eine Feuchtigkeitsspendemaske ist für mich so eine Art Serum. Und in meiner Hautpflegeroutine gebe ich mir immer vor einem Serum ein Toner auf. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Da habe ich von Jepoda The Mist Half Hyaluronic Acid Lavender Face Mist. Das ist dieses Produkt. Habe ich jetzt seit dieser Woche auch erst in Anwendung. Also das habe ich noch nicht so viel verwendet. Deswegen kann ich da noch nicht allzu viel zu sagen. Ich habe einen sehr, sehr angenehmen Sprühnebel. Das gebe ich mir halt komplett über mein Gesicht. Ich kann das dann auch so eintapern. Im Prinzip ist für mich ein Toner oder ein Gesichtsspray, sowas ist ja auch dafür da, um der Haut zu sagen, hey, Achtung, es kommt jetzt Pflege. Weil die kommt jetzt. Und zwar reisen wir dafür nach Deutschland. Da hatte Isana von Rossmann eine Tuchmaske mit Kirschblütenextrakt und Mandelöl. Die Du bist bezaubernd Maske. Ich weiß, dass ich die von irgendwem einmal geschenkt bekommen habe. Ich habe da mehrere von geschenkt bekommen. Ich glaube, die hatte ich mir aber mal selber geholt. Ich weiß es nicht, weil sonst schreibe ich mir das immer hinten drauf, von wem ich die habe. Kann aber auch sein, dass ich die von Marion gekriegt habe. Ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten. Und die soll einfach einen blumigen Duft haben, bla bla bla, sorgt für bezaubernde Entspannungsmomente. Die Kombination aus Hyaluronsäure, Mandelöl und Cupua zu Butter unterstützt die Feuchtigkeitsbalance und bietet eine 24 Stunden Hydro-Intensiv-Effekt. Etain wirkt strahlend frisch und ihre Haut fühlt sich seitig weich an. Spannungsgefühle werden reduziert. Ja, und das finde ich ganz toll. 10 Minuten lasse ich das auch nur drauf. Das heißt, da kann ich dann meinen Körper gleich eincremen. Während ich das mache, ich habe eben meine Füße eingecremt und habe schon gemerkt, oh, ich muss die Maske abwaschen. Ja, riecht sehr zart hier jetzt raus. Ja, und die Isana-Masken, die sind nicht so unbedingt krass mit Feuchtigkeit durchtränkt. Aber, ja, ist halt eine Tuchmaske. Kann meine Haut gerade sehr gut gebrauchen. Ich bitte übrigens jetzt alle darum, die jetzt gerade in diesem Moment, während ich das jetzt sage, eine Maske im Gesicht haben, einen Smiley in die Kommentare zu schreiben. Und zwar den Smiley, der einen Mundschutz trägt. Das wäre für mich mal ganz interessant zu wissen, wer sich jetzt schon mit mir angefixt gefühlt hat, auch eine Tuchmaske aufzulegen oder eine Gesichtsmaske zu machen. Ja, die bleibt jetzt, wie gesagt, 10 Minuten drauf. Der Sitz ist, ne, das ist halt bei Isana-Masken immer das Gleiche. Die wird jetzt die Haut schön pflegen und, ja, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, ne, das ist jetzt 10 Minuten später und, äh, ich habe jetzt hier die Maske entfernt. Ja, gut, ne, ich nehme jetzt die Eyepatches auch mal runter. Ha, so. Ja, und kann das Ganze jetzt mal kurz einmaßieren. Und da das nicht so super viel Serum ist, nehme ich da auch meine Hände einfach für. Die Haut fühlt sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so spannend an, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es fühlt sich jetzt schon mit Feuchtigkeit versorgt an. Ähm, es ist jetzt nicht so eine super krasse, ultimative Pflegebombe gewesen. Aber für so einen Effekt nach einer Maske, die dir quasi alles aus dem Gesicht rausgezogen hat, ist es eine ganz angenehme Geschichte. Und ist für mich dann auch ein schönes, ein schöner Ersatz für ein Serum. Jetzt sehen wir das Ganze auch nochmal von Namen. Also, nur dadurch, dass die Haut jetzt hier ein bisschen glänzt und so, sieht man das auch optisch. Und ich finde auch, dass sie praller aussieht. Also, sie sieht nicht so durstig aus wie eben, bevor ich die Maske gemacht habe. Ich finde auch, dass so Trockenheitsfältchen an der Stirn und, ähm, so um die Mundpartie herum auf jeden Fall jetzt ein bisschen versorgter sind. Und, äh, mein Gesicht fühlt sich nicht nur besser an, es sieht auch besser aus. Und, ja, auf jeden Fall eine Maske, die was gebracht hat. Aber jetzt nicht so den ultimativen Kick. Aber ein schöner Exkurs, äh, nach Deutschland nochmal kurz als Zwischenstopp. Und, ja, ihr Lieben, ich werde jetzt eine Augencreme auftragen, eine Nachtcreme auftragen, mich ins Bett begeben. Und morgen sehen wir uns dann an dieser Stelle weiter. Dann reisen wir nämlich ein bisschen, ja, durch die Gegend, ne? Weiter geht die Weltreise und jetzt sind wir in Frankreich und da gucken wir uns die Marke Sisley einmal an. Das ist eine Maske, die super teuer ist und, äh, man freut sich, wenn man sowas gratis dabei hat, wenn man bei Douglas etwas bestellt oder wenn man die in einem Adventskalender drin hat. Die Maskecreme à la Rose Noire, Instant Jeunesse. Also, das ist eine Black Rose Cream Maske, die, ähm, äh, ja, Jugendlichkeit spenden soll. Die soll, äh, smoothing, also quasi, äh, weich machen, quasi, ne? Plumping und brightening. Und da bin ich mal gespannt, wie sie so gegen meine Freudenfalten anwirken kann. Ja, äh, ja, die lasse ich dann 10-15 Minuten drauf. Die kannst du zwei- bis dreimal, ähm, pro Woche drauf machen. Und, äh, ja, entweder abwaschen oder runterschmieren. Nennt man das runterschmieren? Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, genau, aber ich werde mir sowas tatsächlich runterwaschen. Das mache ich immer. Ansonsten habe ich immer Würstchen und ich mag keine Würstchen auf meinem Gesicht. Ich mache mich hier tatsächlich auch, weil das jetzt nicht irgendwie eine Maske ist, die, äh, reinigend ist oder so, mache ich mir jetzt keine Augenpatches drauf, ne? Die gebe ich mir einfach so in mein Gesicht. Riecht sehr angenehm nach Rose. Ich merke gerade richtig, wie meine Haut diese Maske aufsaugt, ne? Das ist krass. Aber ja, sie war auch jetzt gerade frisch gereinigt, dementsprechend auch, äh, feuchtigkeitsbedürftig. Und da man auch am Hals das Alter eines Menschen sehr schnell erkennen kann, nö, ist so eine Maske auch immer ganz gut geeignet, um sie auf, äh, Gesicht, Hals und Dekolleté aufzugeben, ne? Nö, 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 ja. Oh, immer diese Bestfählin in mir, es tut mir leid. Auch ein bisschen zwischen die Hubbys. Auch wenn da nicht allzu viel ist, was Falten verursachen könnte. Aber hey, Prävention. So, ja, die Maske ist, äh, aufgetragen. Ich habe tatsächlich jetzt auch die ganze Tube verwendet, weil ich sie ja auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgetragen habe. Und meine Haut das Ganze schon am Anfang aufgesogen hat wie ein Schwamm. Ähm, ja, ich lasse die ganze Geschichte jetzt einfach mal ganz entspannt einwirken. Werde mich da jetzt auch ein bisschen fertig machen, ein bisschen was anziehen. Ja, eincremen und so. Und ja, dann sehen wir uns gleich in einer Viertelstunde nochmal wieder, wenn ich die Maske auch abgewaschen habe. Es riecht sehr angenehm nach Rose und, äh, ich mag das vom Duft her sehr gerne. Es riecht auch so ein bisschen wie dieses Rosens Rosenwasser, was nicht jeder mag, aber ich finde es sehr angenehm. So sieht die Maske jetzt aus, wenn ich sie, ähm, abgemacht und runtergewaschen habe. Ich habe ein sehr, sehr eingecremtes Hautgefühl, um ehrlich zu sein. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir natürlich im Vorfeld einen Toner aufgegeben. Und, äh, ja, hm, das ist ein bisschen, ein bisschen blöd jetzt, ne? Aber meine Haut ist super reichhaltig gepflegt. Und ich hole euch auch mal näher ran, dann könnt ihr mal gucken, wie das von nahem aussieht. Ich finde es Hammer. Also die hat schon was gemacht, ne? Wenn man sich mal so die Stirn anguckt oder wenn man sich die, ne, wenn ich meine, wenn ich lache und so. Das ist schon alles sehr gepflegt und sehr aufgeplammt und weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, es ist eine super teure Maske. Für mal irgendwann, wenn du was ganz Besonderes vorhast, ist es schon eine ganz gute Geschichte. Vor allem, wenn man so trockene Haut hat wie ich, ne? Aber ansonsten wäre mir die wahrscheinlich viel zu teuer. Aber das ist trotzdem jetzt gerade so ein geiles Gefühl. Und ich, ich, äh, ne? Möchte hier ehrlich sein. Und ich finde die gerade richtig geil, obwohl die halt so hochpreisig ist, ne? Aber das ist so... Oh, mir gefällt das, wie meine Haut aussieht. Es ist alles so beruhigt und so gepflegt und irgendwie feiere ich das gerade richtig hardcore. Hammer. Ja. So kann es weitergehen, würde ich sagen, ne? Ja, doch, ne? Der kleine, aber feine Abstecher nach Paris hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Auf nach Korea, denn da finden wir jetzt unsere nächste Maske und zwar die Maske von Jepoda. Das ist die C-Tox-Maske mit User Fruit, Vitamin C und das ist so eine Schlamm-Leben-Maske, die dir quasi auf dem Gesicht trocknen wird. Die ist brightening, also quasi soll die quasi, ne, aufhellen. Gleichzeitig soll sie mattieren und einen Detox-Effekt haben. Ja, und das ist halt eine Marke, mit der ich aktuell eine Kooperation habe. Deswegen habe ich da auch einen Code für den ich dir jetzt mal einblenden kann, was ich ganz cool finde. Und, ähm, ja, die ist halt in Korea gemacht. Die ist vegan, natürlich und tierversuchsfrei. Ja, das finde ich freundlich. Die habe ich schon einmal gemacht und das ist quasi schon das zweite Mal, dass ich die mache. Die sieht sehr, sehr interessant aus. Ich glaube, das ist dieses Kurkuma oder sowas, was wir jetzt hier sehen. Das riecht auch sehr angenehm tatsächlich. So ein bisschen, weiß ich nicht, fruchtig, sommerlich riecht das. Ja, und da war auch so ein kleiner Maskenpinsel mit in dem Set mit dabei, was ich geschickt bekommen habe. Und den kann ich auch einfach verwenden, um das Ganze aufzutragen. Die Maske gestern war übrigens wirklich super angenehm, ne. Also da muss ich nochmal ein Lob aussprechen. Auch im Nachhinein war die so reichhaltig angenehm auf dem Gesicht noch. Also die Nachwirkung davon. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, die ist super teuer, aber ich fand die klasse. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder die Augenpatches vergessen. Das Leben als solches ist eines der härtesten Leute, ich sage euch das. Und ich muss dazu sagen, jetzt beim Auftrag, der Maskenpinsel ist niedlich, aber ich mag meinen großen mit dem langen Stiel einfach deutlich lieber. Man braucht wirklich nicht viel von der Maske. Also eine dünne Schicht reicht wirklich aus. Und ja, das lasse ich jetzt antrocknen. Das dauert dann ungefähr 15 Minuten. Dann werde ich mir die gleich abwaschen und dann sehen wir uns nochmal wieder. Das sieht so scharf aus, oder? Ich sehe aus wie ein Simpsons. Die Maske ist jetzt abgewaschen, wie man offensichtlich sehen kann. Also die wird wirklich auf der Haut sehr hart, lässt sich aber gut abwaschen. Also da bekommt man ja auch in diesem Masken-Set dieses Abschminktuch, wie auch immer, mit dabei geliefert. Habe ich jetzt auch verwendet. Ich muss aber sagen, dass wenn man so ein Tuch verwendet, es färbt sich schon ein. Also ich persönlich mache es eigentlich lieber, dass wenn ich so eine Maske mir auf das Gesicht gebe, die auch hart wird, eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade eine Maskenwoche drehe, dass ich dann direkt danach duschen gehe, dass ich das direkt unter der Dusche so abwasche und dann meine Finger dafür nehme, um es runterzunehmen. Weil so habe ich jetzt schon wieder etwas, wo ich etwas eingefärbt habe. Es ist gelb geworden. Es muss in die Waschmaschine. Na, das nervt mich dann immer so ein bisschen. Aber ist egal. Ich habe das ja eben sowieso schon vorher zum Abschminken verwendet. Das heißt, da war auch schon eine Verfärbung von der Mascara dran. Deswegen hat sich das wenigstens gelohnt, dass es in die Wäsche kommt. Und die Maske, wenn man die abgewaschen hat oder wenn man sie das erste Mal abgewaschen hat, kann verursachen, dass man kurz ein bisschen schockiert ist, weil mein Gesicht war relativ gelb. Also, die Maske ist gelb und das hat tatsächlich auch in erster Schicht, in erster Linie, wie auch immer, mein Gesicht so ein bisschen gelb eingefärbt. Und dann bin ich halt nochmal mit Wasser drüber gegangen, habe es nochmal intensiver abgewaschen. Aber ich glaube, das liegt... Ich glaube, da ist Kurkuma drin. Mann. Oder ist es dieses User Fruit? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, dass ich irgendwas mit Kurkuma gelesen habe. Ich habe es euch garantiert eben auch schon eingeblendet. Aber, ne, das färbt ja auch generell so Essen ein oder sowas oder, ne, das, ja, Reis zum Beispiel. Und meine Haut ist sehr hell. Die wird schnell eingefärbt. Genau. Und dementsprechend ja auch das Tuch, womit ich das abgewaschen habe. Und, ja, wie gesagt, als ich das dann nochmal drüber gewaschen habe, muss ich wirklich sagen, dass der Effekt von der Maske toll ist. Also, meine Haut sieht gut aus. Sie sieht gereinigt aus. Sie sieht beruhigt aus. Sie fühlt sich super weich an. Und jetzt kommt mal näher ran und guckt euch das aus der Nähe an. Ich denke, die Kamera fängt das eigentlich relativ gut bei mir ein. Also, meine Haut sieht recht weich jetzt aus. Also, man sieht es hier jetzt auch, dass die Poren, die ja sowieso bei mir nicht unbedingt vergrößert sind, aber sie sind noch ein Stück mehr verfeinert. Mein Gesicht sieht gesund und gepflegt aus. Es spannt jetzt auch nicht, was ich ja normalerweise nach diesen mattierenden oder detoxifying-Masken habe, diese Mattmasks, da oder immer, wenn mein Gesicht halt in Berührung mit Wasser kommt, wird es super trocken. Ich habe jetzt nicht dieses irre krasse Bedürfnis, mir ein einmal Wasser ins Gesicht zu geben. Natürlich werde ich mein Gesicht gleich pflegen mit einem Toner, einem Serum, Augencreme und Feuchtigkeitscreme. Das ist halt ein absolutes Muss bei mir, gerade über Nacht. Aber der Effekt von der Maske gefällt mir schon. Also, da würde ich schon sagen, dass es auch eine gute Maske ist und dass sie mir auch gefällt. Und ich finde auch, dadurch, dass du so wenig von dieser Maske brauchst und die halt auch so lange dann verwendbar ist, lohnt sich das auch vom Preis her schon. Genau, also da könnt ihr jetzt nochmal, ich komme auch nochmal ein bisschen näher ran, da muss ich aufstehen, Leute. Mache ich doch gerne für euch. Könnt ihr euch das nochmal richtig aus der Nähe angucken. Weil ich finde, dass diese Maske halt echt einen tollen Effekt gibt. Oh, war der mir schon mal so nah? Ich weiß es nicht. Natürlich habe ich Rötung und so weiter, aber das ist bei mir halt üblich. Ich habe keine extrem flawless Haut. Schön wäre es. Ja, ich sage mal so viel zu Südkorea. Das war eine schöne Reise dorthin und ein empfehlenswertes Produkt. Der hat zwei Daumen und eine sich immer weiter verbreitende Mr. Fred Familie. Heute geht es auf jeden Fall nach England. Und da habe ich dieses wundervolle Schätzlein, was ganz schön teuer ist, von Avant. Das hatte ich in einer, oder Avant oder Avent, ich habe keine Ahnung, wie genau man das aussprechen soll, Leute. Hatte ich in einer Beautybox drin oder in einem Adventskalender. Das hätte ich mir im Leben nicht gekauft, weil das einfach sackteuer ist, ne. Du hast da 250 Milliliter drin und kommst da auch entsprechend länger mit hin. Aber schon hochwertig, äh hochpreisig, ja. Harmonis Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask. Also die soll deine Haut mit Hilfe von harmonisierendem Rosenquartz revitalisieren und straffen. Finde ich toll. Mit Rose Quartz Hyaluronic Sweet Almond Avocado Oil. Also quasi, ähm, mit Rosenquartz, Hyaluron, Süßmandel und Avocado Öl. Ja, und die kommt jetzt auf mein Gesicht. Hier steht zwar drauf, man könnte die theoretisch drauf lassen, ne, muss die gar nicht abmachen. Aber ich werde sie jetzt wie auch die Sisley Maske, ne, drauf machen und danach dann halt auch entsprechend leicht abwaschen. Passend zu meinem Haarturban. Ein Träumchen, oder? Hm, die riecht wirklich angenehm. Das ist dann wahrscheinlich dieses Süßmandelgedöns, ne. Ich kann mir bei sowas halt auch vorstellen, dass man die einfach als Overnight Maske verwenden kann. Sprich, dass du dir die anstelle von der Nachtcreme drauf machst. Und dann morgens ganz normal, wenn du das Gesicht reinigst, dass du die dann ja mit abwäschst. Schreib mir übrigens gerne mal unten in die Kommentare rein, was du lieber verwendest. Ob das so, ähm, Tubenmasken sind, also so, so Creme-Tubenmasken, sowas, ne. Oder Einmalanwendung. Ich hab das meistens so, dass ich so in der Regel, wenn ich nicht gerade, äh, ein Masken-Wochen-Video nach dem anderen drehe, ähm, dass ich so zwei Tuben gleichzeitig geöffnet habe, oder zwei Tiegel. Und, ähm, dann zusätzlich, um noch ein bisschen Abwechslung zu haben, äh, Tuchmasken verwende oder Saché-Masken. Genau. Aber in der Regel hab ich nicht so viele Tuben und Sachés wie jetzt gerade aktuell offen. Das heißt, wenn ich diese Masken-Weltreise beendet habe mit euch, äh, werde ich dann wahrscheinlich auch erst mal aufbrauchen. Das lässt sich halt ganz leicht verteilen wie eine Creme. Da brauchen wir gar nicht ein großes Heckmick von machen, ne. Da sieht man jetzt halt einfach nur, dass ich eine Cremeschicht im Gesicht habe. Spektakulär. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die ganze Geschichte ein bisschen eingezogen ist. Ich denke, ich lass dem Ganzen so 20 Minuten. Ja, und dann, ähm, wasche ich die ab und dann sehen wir uns wieder. Und dann gucken wir mal, ob meine Haut ein bisschen hübscher aussieht. Mal schauen. So, theoretisch, wenn ich vorher meinen Toner drauf gemacht hätte und mein Gesichtsserum und meine Augencreme, ähm, hätte ich die wirklich drauf lassen können. Ich hab die jetzt ja ein bisschen dicker drauf gemacht, als ich eine normale Creme drauf machen würde. Das heißt, als ich dann eben so ein bisschen auch darüber gerieben habe, haben sich auch kleine Würstchen gebildet. Und dann hab ich sie mir halt komplett runter gewaschen. Ansonsten hätte ich halt gesagt, komm, lass ich jetzt drauf und mach keine weitere Pflege auf mein Gesicht. Ähm, genau. Joa, und jetzt dadurch, dass ich die halt abgewaschen habe, spannt mein Gesicht ein bisschen. Ähm, es fühlt sich aber recht weich an. Auch wenn ich finde... Ja, weiß ich nicht. Sieht es revitalisiert aus? Ich finde jetzt nicht, dass es super frisch aussieht oder so. Auch wenn irgendwie die Maske sich auf dem Gesicht gut angefühlt hat. Wahrscheinlich war es ein Fehler, die abzuwaschen. So seht ihr das Ganze jetzt auch nochmal von nahem. Also, ja. Also, ja. Es sieht aufgeplammter aus. Es ist aber nicht so geil wie bei der Sisley-Maske. Wobei ich jetzt nicht so im Kopf habe, was die Sisley-Maske in Relation zu der von Avantabon kosten wird. Ähm, ja. Also, meine Stirn... Sieht halt okay aus. Haut mich jetzt aber nicht so vom Hocker, weil ich halt so im Hinterkopf habe, dass die Maske halt so hochpreisig war, ne. Ja, aber es... Also, es gefällt mir auf jeden Fall. Ist eine solide Maske, definitiv. Aber nichts, wo ich jetzt laut rufe, yay, die beste Maske ever. Naja. Aber das war jetzt ein kleiner, aber feiner Exkurs nach England. Ähm, ja. Ist okay. Ich werde die aufbrauchen, ne. Die wird auch recht feuchtigkeitsspendend als Nachtcreme sein. Ähm, ja. Dann verwende ich die halt so im Wechsel zu meiner normalen Nachtcreme, dass man dann an einem Abend eine ganz normale Nachtcreme nimmt. Und an dem anderen Abend einfach eine Nachtmaske. Aber da habe ich aktuell noch eine, die ich am Aufbrauchen bin. Deswegen, naja. Die Watermelon Sleeping Mask von... Namen vergessen. Ich weiß es nicht. Ihr kennt sie alle. Ich weiß es gerade nicht. Also, in meinem Kopf drin. Naja. Ist okay, ne. Aber nichts, was ich mir jetzt so kaufen würde. Ich hatte heute in meiner Elektra Beauty Box zwei Produkte aus Spanien drin. Und da habe ich mir gedacht, hey, komm, wir packen die hier direkt mal mit ins Video, weil das ist ja eine Weltreise, ne. Und zwar ist das von IDC Institute. Das habe ich auch schon in der Masken Europa Reise gezeigt. Also quasi die Marke. Da habe ich einmal die, äh, äh, Ginseng und Kollagen Gesichtsmaske. Das ist diese hier. Und eigentlich soll man die montags auftragen, um montags etwas frischer auszusehen. Heute ist Donnerstag. Aber wir kriegen das hin. Und dann habe ich noch von IDC Institute die Unicorn Magical Mask. Das sind Augenmasken. Und ja, Leute, ne. Einhorn. Was soll ich da groß zu sagen? Das finde ich fancy. Ist mit Hyaluronsäure und Vitamin C. Natürlich, für mich persönlich ist es immer nicer, wenn ich halt, ne, aus meinem Pöttchen die, ähm, Masken verwenden kann. Weil ich das irgendwie nachhaltiger finde. Aber, ne, ja. Jetzt sind sie da. Jetzt werden sie verwendet. Ähm, da ich eine Tuchmaske auftrage und die ja quasi als Serumersatz dient, nehme ich mir mein Gesichtstoner, mein Gesichtspray vorher. The Mist Hair von Jepoda. Ne. Genau. Habe ich aktuell in Anwendung. Ich habe das jetzt diese Woche exzessiv mal ein bisschen mehr verwendet. Und man sieht jetzt nicht unbedingt, dass da viel raus ist, ne. Genau. Das ist, ja, braucht sich halt recht langsam, äh, auch was ich positiv finde, ne, weil dann weißt du einfach, du hast länger was davon. Beruhigt die Haut und, ja, macht sie bereit für die kommende Pflege, um das mal so zu sagen. Heißt, ich mache mir jetzt hier die Eyepatches drunter. Ich bin extrem gespannt, ob die jetzt irgendwie fancy aussehen werden. Oh ja, sie sehen fancy aus, aber sie haben Sternchen drauf. Die schwimmen hier richtig drin, Wahnsinn. Ähm, ja, wie zeige ich euch das jetzt am besten? Kommt mal näher ran, dann könnt ihr das direkt, nö. Ja, doch, gleich könnt ihr näher rankommen, sieht man das? Fallen jetzt runter, ich hoffe nicht. Oh nein, das Serum fällt raus, das geht nicht. Kommt mal näher ran. Dann könnt ihr vor allem auch meine Haut mal von nahem sehen, ne. Ein Traum. Nein, ich finde wirklich, dass meine Haut sich bei diesen Maskenwochen auch immer ganz gut macht, ne. Also, klar, ich habe hier meine Rötung. Die packe ich auch nicht an. Wenn die, ne, irgendwie aufgekratzt oder so aussehen, dann ist es wirklich, weil ich Gedanken verloren dann daran rumknibbel. Ähm, das ist nicht, weil ich da aktiv mich drum kümmere. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich drücke meine Pickel in der Regel nicht aus. Ich versuche es auf jeden Fall, mich da zurückzuhalten. Genau, ansonsten, meine Haut sieht gut aus, ne. Mag ich wohl leiden, finde ich in Ordnung. Und jetzt kommen diese fancy Eyepatches drauf, da waren wir eben schon bei. Okay, und die sind toll, die haben Sternchen drin. Das feiere ich hart. Guck mal. Die sind sehr, sehr dick, tatsächlich. Also, ne, die haben Sternchen drin. Oh mein Gott, wie ich das feiere. Ich hoffe, die Kamera nimmt das auf. Wenn ich so mache vielleicht und das Licht da nicht direkt drauf hält. Also, die haben Glitzer und Sternchen drin. Braucht kein Mensch, ist aber mega geil. Das sind sich bewegende Sternchen. Das finde ich jetzt unpraktisch, ne. Ein Sternchen hat sich nämlich gerade gelöst und ist hier an meinem Finger. Da ist das Sternchen. Das gehörte doch in die Patches rein. Was soll das denn? Na, na, na. Jetzt nehme ich die Gesichtsmaske. Es fühlt sich so an, als wäre da ordentlich Feuchtigkeit drin. Ginseng und Kollagen. Ginseng ist ja so ein koreanischer Wirkstoff auch irgendwie, ne. Das rüchte einfach cremig. Jetzt nicht groß parfümiert oder so. Ich glaube auch nicht, dass die groß parfümiert sind. Das sieht auch ansprechend aus. Das ist ja eine Maske für mich, ne. Die hat so viele Einschnitte. Die kannst du dir richtig perfekt an dein Gesicht anpassen. Das finde ich immer großartig. Ansonsten bin ich ja auch so ein Fan davon, dass ich mir selber die Masken einschneide, damit die irgendwann passen. Die ist überall hier mit so Schnitten. Und richtig schön feucht. Dieses Gebilde lassen wir dann jetzt mal eine ganze Weile einwirken. Ich weiß gar nicht, 20 Minuten muss die einwirken oder so. 15. Ja, aber die Augenpitzen müssen ja länger drauf bleiben, ne. Also ich denke, ich lasse das Ganze jetzt eine halbe Stunde drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich habe die Maske jetzt eine Dreiviertelstunde drauf, aber ich möchte so langsam ins Bett. Die ist immer noch super feucht. Das ist echt krass, wie viel Feuchtigkeit sich hier so drin verbiert, ne. Wahnsinn. Also ich nehme die jetzt auch mal runter. Mega, mega geiles Gefühl gewesen. Das mit den Augenpatches ist auch immer eine schöne Geschichte. Genau, also hier ist noch richtig viel Serum drin. Wahnsinn. Ich hatte das aus der Verpackung auch genommen und auf meinem Oberkörper verteilen können. Und ja, das war auch sehr pflegend. Hier gebe ich mir nochmal die Reste auf Gesicht, Hals und ein wenig in Dekolletie. Und dann werde ich die Geschichte einmal kurz mit meinem Rosenquarzroller einmassieren. Das wird gar nicht komplett eingezogen hier, weil das so geil ist. Ich brauche eigentlich auch, ganz ehrlich, da brauche ich keine Abendpflege mehr drüber. Aber ne, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt mit der Hand so drüber gehe, wie so ein Mix aus Öl und Gesichtscreme. Super angenehm. Boah. Und das liegt nicht nur an der Feuchtigkeit, die da noch quasi auf meinem Gesicht ist. Also ich bin jetzt quasi sticky. Klebrig. Vielleicht so die optimale Base für eine Foundation. Ich weiß es nicht, aber das ist echt jetzt... Sieht man das? Ja, ne? Es klebt richtig an. Oh. Goll. Ja, also in dem Sinne richtig, richtig pflegend. Und das fand ich jetzt ziemlich gut. Also wir haben hier in dieser Masken-Weltreise tatsächlich doch sehr coole Masken mit dabei, muss ich sagen. Ne? Ja. Also das ist Hammer. Was hier gerade auf meinem Gesicht abgeht. Gefällt mir von der Pflegewirkung her. Jo. Sollte die machen. Elastizität erhöhen und die Haut vitalisieren. Also vitalisiert definitiv. Das merke ich auch richtig. Also wie meine Haut quasi das Ganze so aufgesogen hat und wie sie strahlt. Das ist schon hammermäßig. Und Elastizität erhöhen sehe ich jetzt in dem Sinne daran, dass es quasi an meiner Hand klebt. Weiß ich nicht. Nein. Also Elastizität erhöhen. Ich weiß gar nicht, wie man das genau, also quasi, dass sie nicht so hängt. Kann man das so sagen? Meine Haut hängt aber generell eigentlich nicht, ne? Jo. Aber gefällt mir auf jeden Fall. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne in die Kommentare ab. Witziger Nebeneffekt. Die schmeckt süß. Und wenn ich so meine Lippen ablecke, ist die echt süß. Und ja, das war jetzt der kleine, spontane Exkurs nach Spanien. Dann gucken wir mal, wohin wir morgen reisen werden. Neuer Tag, neues Glück. Heute möchte ich in zwei Ländern gleichzeitig mich aufhalten. Das wird ein bisschen aufregend, aber wir schaffen das schon. Und zwar habe ich gestern oder vorgestern? Vorgestern? Ich glaube, vorgestern. Also für mich vorgestern. Heute ist nämlich der 29.1. Und ich glaube, am 27. kam die Box. Am 28. habe ich die online gestellt. Oder am 27. Ich weiß nicht. Zeiten und ich. Wir sind keine Freunde. Gestern. Egal. Von Mudmaski hatte ich hier nämlich für Dark Circles, Puffy Eyes, Fine Wrinkles und Dry Skin und Swelling. So eine Augenpartie-Maske. Und das finde ich fancy. Das Ding kostet. 49 Euro war in meiner Brigitte-Box drin. Und ja, das packe ich mir jetzt einfach mal unter die Augen. Soll eigentlich nur so acht Minuten draufbleiben. Du sollst quasi dein Gesicht waschen, deine Hände waschen, drauf machen, acht Minuten drauf lassen und das dann abwaschen. Da ich jetzt aber hier eine Maske habe, die trocknen muss aus den USA, wo wir gleich zu kommen werden, wird es mit gleich mit, also so zeitgleich draufbleiben. Oh, die sieht interessant aus. Riecht nach nichts ungefähr. Die schaut wirklich interessant aus, ne? Mhm. Und die trage ich mir jetzt im Prinzip so auf, wie ich jetzt auch Augenpatches auftragen würde. Geht ja easy. Brennt ein bisschen. Nett. Au. Äh, Matcha-Tee ist das. Okay. Ice hates perfume, but loves the antioxidantians. Achso. Also du hast quasi da keine Parfümstoffe drin. Smells a bit funky. Okay, wegen diesem japanesischen Matcha-Tee und das ist halt wirklich grobe Stückchen hast du da mit drin, ne? Man sieht hier ein grobes Stückchen. Und da soll halt die Augenpatche geglättet werden und geplammt werden und so. Übrigens, das leichte Brennen vom Anfang entwickelt sich dann, das merke ich ja von dem Auge zu dem Auge, ähm, zu einem leicht kühlenden, aber gleichzeitig wärmenden Gefühl. Das ist merkwürdig, ne? Naja, die lassen wir jetzt erstmal drauf. Mud Maskey. Läuft bei ihm. Schön. So, jetzt reisen wir, oder machen wir ein Spagat auf in die USA. Da habe ich von Pixi aus einem Adventskalender Skin Treats die Glow Mud Mask. Die Purifying Mask. Und, äh, ja, die lässt du einfach drauf, bis die angetrocknet ist und dann kann man die runter machen. Purifying kann ich gut gebrauchen. Ich habe hier immer noch meine kleine, aber feine Mr. Fred-Familie, die so vor sich hin dümpelt. Ich habe in der Elektra Beauty Box, ähm, so einen Maskenpinsel gehabt, der einfach so silikonmäßig ist und den wollte ich heute mal das erste Mal ausprobieren. Passt ganz gut. Eeeh. Okay. Das ist grau, dunkelgrau. Das riecht aber tatsächlich irgendwie leicht nach Rose. Scheint parfümiert zu sein. Ich habe auch schon in meinem Unboxing von der Elektra Box gesagt, dass es sehr fancy sein wird, wenn man damit seine Maske aufträgt. Und das Gute, was halt an diesem Pinsel der Fall ist, ist, der saugt ja kein Produkt auf, ne? Sprich, du kannst wirklich das komplette Produkt auf deinem Gesicht verteilen. Das ist nice. Das ist, äh, eine feine Sache. Also fühlt sich recht angenehm auf dem Gesicht an. An einer sehr trockenen, gereizten Stelle aktuell, sprich um meine Nase herum, prickelt diese Maske ein bisschen. Aber, ja, ich lasse sie jetzt entsprechend antrocknen und, ähm, wasche mir die Maske dann, also das ganze Gedönsen vom Gesicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich mit einer mega glowy, äh, krass gereinigten Haut. Mal gucken. Gebt es zu. Ihr habt euch doch gerade direkt gedacht, oh, welch Glanz in unserer Hütte. Claudie strahlt so richtig. Naja, also wirklich, Glowy sieht mein Teil jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt aus, ne? Also er ist gereinigt, ja, das kann ich bestätigen. Ähm, die Haut fühlt sich auch, um ehrlich zu sein, recht weich an. Also das ist auch, ne, von der Klärung her und von diesem Purifying-Aspekt her ganz angenehm gewesen. Ähm, joa, aber guckt euch das mal aus der Nähe an. Ich musste tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln, als ich, äh, mir das eben abgewaschen habe. Denn, ähm, Stellen, die quasi höher standen, wo ich die Maske aufgetragen habe, also ich rede jetzt gerade von der, äh, Pixi-Maske, ne? Also hier mein Muttermahl zum Beispiel oder hier meine Mr. Freeds. Die waren weiß. Das fand ich super witzig. Und der Rest vom Gesicht war halt noch echt so grau, ne? Also schon heller grau geworden, weil hart geworden, aber ich musste doch etwas lachen. Hätte ich vielleicht ein Foto machen können, aber irgendwie war ich da schon im Flow, mich abzuwaschen, sage ich mal. Ähm, zu der Maske für die untere Augenpartie. Das hat sehr gut getan. Die ist auch, also wirklich so, so, die ist fest geworden, ne? Ich dachte eigentlich, das würde halt von der Konsistenz her auch so gelig bleiben. Wer vielleicht von Mutmaski schon mal diese, ähm, Maske mit drin hatte, die man so morgens drauf macht, ähm, wo man halt nur die Hände waschen soll und sich die direkt aufs Gesicht macht, ne? Die trocknen dann ja auch so komisch an. Genau so ist es an der unteren Augenpartie auch angetrocknet. Ähm, war ein bisschen komisch. Weil die ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen, sollte die nicht sogar Feuchtigkeit geben? Ne. Doch. Dry Skin, ne? Also gegen trockene Haut steht hier drauf. Naja, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine untere Augenpartie sich ausgetrocknet anfühlt. Ähm, beim Abwaschen musste ich ein bisschen aufpassen, denn man neigt ja direkt auch dazu mit diesem, womit man das abwäscht, mit diesem wiederverwendbaren Abschwingplatz auch auf das Augenlid zu gehen. Und das hat, äh, gebrannt wie Feuer. Das tat nicht so geil gut. Und, ähm, naja, aber die wird auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiter getestet. Vielleicht teste die, teste die, teste ich die auch morgen noch weiter mit euch, wenn ich dann die letzte Maske auftrage. Ähm, joa, aber ansonsten, ähm, solide Produkte. Ich finde schon, dass jetzt auch so im Laufe dieser Maskenwoche sich mein Hautbild mal wieder verändert hat, ne? Es ist mal wieder besser geworden und es tat mal wieder gut mit euch, diese Maskenwoche zu machen. Und ich fange schon wieder mit meinem Fazit an, obwohl morgen noch eine Maske kommt, läuft bei mir. So ist das hier. Ja, also dieser Spagat zwischen den Niederlanden und den USA war eigentlich ganz fancy, oder? Gucken wir mal, wie es morgen so läuft. Und da müssten wir nach Italien, glaube ich, reisen. Unsere Weltreise wird beendet in Bella, Italia. Und da habe ich eine Maske von Bio Happy. Das finde ich toll. Natural Cosmetics, eine Maschera Gold Nutriente Maske. Eine Maske Gold mit gelber Himbeere. Und das ist diese hier. Ich weiß nicht, wo wir die drin hatten. In irgendeiner Box, in irgendeinem Adventskalender. Ich weiß es nicht. Die Maske ist wirklich gelb und hat auch so ganz, ganz dezent so ein, ja, Perlglanz, würde ich sagen, mit dabei. Oh, nicht vergessen. Nicht vergessen. Nein, nein, nein. Die Maske, die nehme ich jetzt auch nochmal. Dafür ist dieser Pinsel von Jepuda übrigens richtig gut. Und das passt jetzt zeitlich auch ganz gut, weil die gelbe Maske muss auch nur 10 Minuten drauf bleiben. Und die Augenmaske ja auch irgendwie 8 bis 10 Minuten. Gelbe Himbeeren haben wir übrigens im Sommer bei uns auch immer im Garten. Total super. Da haben wir gelbe Himbeeren und rote Himbeeren und Bräumenbeeren. Ich freue mich auf den Sommer. So, die Maske ist aufgetragen, sieht fancy aus. Und die lasse ich dann jetzt 10 Minuten einwirken, werde mich in der Zeit eingreben und wahrscheinlich auch Haare föhnen und so ein Kram. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die abgewaschen ist. Also in erster Linie hat die Maske tatsächlich mein Gesicht genährt. Und ich bin absolut ein Fan geworden von dieser Mudmaske-Geschichte, unterer Augen gedönsen. Finde ich eigentlich ziemlich cool, ne? Problem, das, was die Maske gemacht hat mit dem Nähern, ist halt super schnell weggegangen, weil ich mein Gesicht viermal mit meinem Waschi waschen musste. Ja, weil es hat einfach geglitzert. Oh mein Gott, es hat gar nicht aufgehört zu glitzern. Und ich meine, dass ich auch immer noch irgendwie Glitzerpartikel im Gesicht habe und zwar groben Glitzer. Oh nein, sowas mag ich ja gar nicht, ne? Gerade wenn du auf dem ungeschminkten Gesicht dann überall noch glitzerst. Warum? Warum muss man sowas in Masken reinmachen? Das finde ich so furchtbar. Also das, was ich erst als Perlglanz bezeichnet habe, hat sich wirklich als Glitzer herausgestellt. Und ich hatte das auch schon gesehen, ja, als ich mir den Maskenpinsel angeguckt habe, da haben wir auch richtig groben Glitzer drauf. Aber wir gucken uns das mal eben aus der Nähe an. Vielleicht sieht man das sogar auf dem Maskenpinsel, das weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass man das ein oder andere Glitzerpigment sehen kann. Aber auch den habe ich tatsächlich eben abgewaschen. Aber ja, man sieht schon noch irgendwie so ein bisschen diesen Goldglitzer. Ja, das sieht man sehr, wenn man den so ein bisschen schräg hält vielleicht. Sie nicht. Ich sehe es. Seht ihr das auch? Ich finde das echt gruselig. Also sowas brauche ich nicht auf dem Gesicht. Auf dem Gesicht brauche ich Pflege. Ne? Aber nicht sowas. Ja, gucken wir mal, ob sich nach viermal Gesicht waschen immer noch Glitzer befindet. Ja. Schon direkt gefunden. Hier ist einer auf der Nase. Das ist hier überall, ne? Sieht man das noch? Hier in der Augenbraue hängt noch ein bisschen was ab. Also, Gottchen, ach Gottchen. Ne, hier ist auch noch alles voll. Also, so eine Maske, die kannst du dann maximal vorm Duschen machen. Und dann unter der Dusche aber ganz intensiv dein Gesicht reinigen. Ansonsten läufst du den ganzen Tag oder wie auch immer rum. Als wäre es so eine Glitzerbombe, ne? Das muss jetzt auch nicht sein. Ne, also das, wie gesagt, ist nicht meine Welt. Hätte diese Maske nur die Pflege gehabt, wäre die gut gewesen. Wirklich. Dann würde ich dir hier loben und sagen, Mensch, Italien, habt ihr gut gemacht. Ich bin happy mit eurer Be Happy Maske. War doch Be Happy, oder? Bio Happy. Aber so. Ne. Einfach nie. Schade, dass ich jetzt tatsächlich diese Maskenwoche mit dieser nicht so gut funktionierten Maske abschließen muss. Trotzdem, die Maskenweltreise hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir gut getan. Und ich finde auch, dass meine Haut wieder gut aussieht. Ja, dadurch, dass ich jetzt echt viermal nochmal mein Gesicht mit Wasser und Waschi gewaschen habe, brauche es derbe Pflege. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ich habe eine schöne Haut bekommen. Ja, dann habe ich gesehen, dass ich Glitzer im Gesicht habe und musste mich ein paar Mal mehr abwaschen. Das, was ich hier unten habe, das sind halt Pickel, die da sind, weil Hormone, Maske, wie auch immer. Das heißt, wir ignorieren meine Kinnpartie. Und alles andere, finde ich jetzt mal so gesehen, wenn wir das ausblenden, sieht echt gut aus. Also, es sieht frisch aus. Es sieht einerseits gereinigt, andererseits halt auch aufgepolstert und geglättet aus. Es sieht gepflegt aus und das gefällt mir. Und deswegen immer wieder mein Appell an euch, macht es, gönnt es, gönnt es euch, macht es einfach. Setzt euch jeden Abend hin oder jeden Morgen oder jeden Nachmittag oder wie ihr lustig seid. Und nehmt euch einfach mal eure wilden 5 bis 50 Minuten, um einfach mal ein bisschen Masken gedünsen zu machen und eine kleine Weltreise anzutreten. Wir sind doch ganz schön rumgekommen, ne? Korea, USA, Europa. Ja, es sind noch ein paar mehr Länder, die wir hätten besuchen können. Aber da fehlen mir die Masken für, ne? Tja, muss ich mir mal für die nächste Maskenweltreise organisieren. Das nächste Mal gibt es aber ein Ampullenvideo tatsächlich. Da werde ich mit euch ein paar verschiedene Ampullen testen. Und, ähm, jo, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und falls ihr jetzt mit mir zusammen auch eine Maske gemacht habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Finde ich super spannend, auch welche Maske das war, wie es so funktioniert hat und ob ihr die empfehlen könnt. Kann ich die vielleicht nachkaufen und auch mal testen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denn ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. So. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.